Ja, da wir so'n kleiner Slap-Sherz-Keks unseren Lift benutzen. Aufi! Du gehörst mich! Hett aus! Oh, ey! Oh, ey! Get up! Oh, ey! Ey, geh jetzt doch! Ich hasse diese... Oh, ey! Oh! Oh, ey! Geht doch! Mein Gott, ey! Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Lasst mich in Ruhe! Au, au, au! Lass mich alle in Ruhe! Beschäftigt euch lieber mit meinem Geschütz, ey! We areMO interactual. Hey! Oh! Ja! Hier. Kümmer dich mal lieber um ein Geschütz. So. Wo ist der letzte von euch? Was? Wo? Wo ist der letzte von euch komischen Kampf-Trumpen-Heinis da? So. Geht doch. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, gestorben bevor die Transformation abschließen konnte So, und weg Und weg Seh dich auch Wow, wow, dieses komische Selbstmordattentäter sind cool Komm, hier eine Granate, damit alle kuscheln Will dir nichts tun, Badass Goja Ja, da, du sollst so weiterkommen Hä? Achso, hinter mir war einer Hier Wo du jetzt mein Geschütz gestellt hast, der hilft mir Und nochmal Für ein zweites Geschütz, oh wie cool Stimmt, ich hab ganz vergessen, ich kann ja zwei Geschütze jetzt platzieren Oh, die gehen aber beide gleichzeitig weg Oh, schade Kuschelzeit, wo ist denn der Typ eigentlich? Boing Lass mich hier in Ruhe looten Hey, ich möchte dich looten Was? Also, wollte schon sagen Wuhu, Raketwerfer Ist der besser? Schlechter in allen Außer die Ladegeschwindigkeit Gott Ich brauch hier unbedingt einen Baut 4 Gitar 5 5 5 Per Folgt ihr mich noch? Genau. Ich habe aber was hier. Eins und zwei. Hopp. Dupidupidum. Haben ja auch schon gefragt, was hier eigentlich ist. Das wissen wir jetzt. Jetzt ist dieser komische Helikopter hier. Wenn du ihn zerstörst, wird er so angepist sein, dass er den Aufzug nach unten nehmen wird, um sich an ihn zu hören. So. Eins Mal. Zweitens Mal. Und mein Deutsch ist wegs Mal. Oh, das ist interessant, wir haben. Wow. 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 He 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 he. Ich bin schneller. Ja, verprügel die Typen bitte. Wo bist du? Poink. Nein. Wow. Au. 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 Eins. Ja, wo ist denn der? Ach, da muss ich was klicken. Ja, jetzt die Frage, da ich jetzt schon so viel von dem Typen so gehört habe, anscheinend ist er gerne wohl nichts, ne? Ja, genau, hier ist die Abkürzung, indem ich da runtergehe. So, schalte Morte aus als Zusatz. Ich hoffe, hier sind nicht noch welche, die spawnen. Ne. Was ist das? Jo, ich weiß Nachladen 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 Ist schon alles gut Na, ich glaub dann behalte ich die hier mal Meine Jungs kommen und klären die Sprengsätze Aber dazu muss der Luftraum frei sein Schalte Helikopter aus Das wollte ich machen, genau Und halt da hinten anschießen Mein Gott, bin ich gut im Ziel, Leute Irgendwann klebt hinter mir Was ist das? Du hast sie gekämpft Wieso steht auf deinem Helm Null? Ah, hier ist also die Geschichte von Zero Cool Zwei mit einem Schuss Und keine Munition mehr Cool, jetzt markierst du die Kisten zur Abholung Dann werden meine Jungs geholt kommen Sie brauchen die Sprengladung Um den Weg zur Infos-Dotel freizuspringen Okay Eins Wie, hab ich... Was? Achso Was macht der denn da? Und wie kam der da hin? Cool Oh, da hinten nochmal zwei Gut Gut, dass die beiden da hinten so nah beieinander sind Gut, dass die beiden da hinten so nah beieinander ist Ich bin aus- und hab ich das verliebe Und war Ich bin aus- und hab ich das verdient Ich habe mein Gestohlen sie denn jetzt nicht Meine Freunde sind sie dicht Vier Und das ist jetzt Ich bin aus- und hab ich das Ich bin aus- und hab ich das Okay. Das ist ein Haustier und dann müssen wir den Hyperion Transmitter nehmen und dem dann geben, weil der gibt uns Elyrium und das ist wichtig. Jetzt wieder hoch. Da oben ist ein Haustier. So. Und jetzt müssen wir den Transmitter suchen. Er ist... Da unten anscheinend irgendwo. Okay. So, hier runter, ohne zu sterben kann ich. Genau. Äh... Wo soll er sein? Hä? Ah, genau runter, genau hier. Ich wollte schon so oft verschwinden. Keine Chance. Aber der Transmitter bringt mich hier weg. Bring her, bring her. Okay, okay. Keep cool, man. Mein Gott. Ich bin froh, wenn ich das hier bald hinter mir hab. So. Jetzt hoch, war hier an der Seite, ne? Jo. Muss ich wieder zu dem Typen nach oben, gut. Wenn dann wieder zu lange dauert, also nach der Quest wieder vorbei ist. Dann mach ich wieder schnell diese Speicher und dann geh ich da raus. Und dann müsste, glaub ich, da irgendwo so ein Catch-a-Ride sein in der Nähe. Notfalls reise ich, dann weiß ich nämlich, dass da ein Catch-a-Ride ist. Aber ich könnte auch raus die Glieder machen für den komischen Roboter, genau. So, ich glaube, ich muss jetzt zu dem Typen jetzt hin, genau. Ach. Danke. Und wieder hoch. So, jetzt bringen wir ihm den schönen, coolen Transmitter. Und wenn wir den Transmitter ihm gebracht haben, gucke ich mal schon auf die Uhr. 20 vor 1, okay. Ja, heute ist mein Freitag, weil ich arbeite hier einen Tag, einen Tag frei. Außer am Wochenende muss ich beide Tage arbeiten. Wenn nicht das arbeiten. Wenn ich das Wochenende in der Arbeit bin. So. Hopp. Ich dachte, ich höre hier schon wieder. Mach schon. Ja. Ich aktiviere den Transmitter. Jetzt kann ich weg. Endlich weg von diesem Planeten. Was passiert da? Ja. Ich kann ihn weg. Endlich kann ich diesen Jack verlassen. Das Planeten verlassen. Hol' dich hier raus. Oh. Der schießt. Ha. Ich wusste es. So. Ich sehe von hier oben. Ich muss nach da, genau. So. Anlauf nehmen. Sir, bist du? Bist du gerade aus dem Kopf der Last gesprungen? Gottser Fluch, warst du mich stolz? Oh, cool, ey. Sogar noch so einen schönen Cutscener getriggert. Irgendwann verfolgt mich ganz schnell. So. Jetzt Gliedmaßen sammeln, weil Roboter brauchen eigene Gliedmaßen anscheinend. So. Gliedmaßen, wo bist du da? Einen... Ein paar sind sogar sehr weit hier vorne. Genau, da hinten. Das sind erstklassige Gliedmaßen. Könntest du mir noch mehr besorgen? Ich möchte aus einem großen Angebot auswählen können. Wir Menschen gehen nicht bei der Wahl. Ja, klar. Ich bring dir noch mehr. Hab ich kein Problem mit. Rasender Schurken wohl, ja. Zack. So, das ist er. Oh, cool. Bitte aufmachen. Was haben wir denn hier? Jetzt bekomme ich irgendwie immer mehr von diesen komischen Dingern. Und hier noch so ein richtig purple Ding wieder. Was ist dieses komisch pink Ding da? Äh, nicht auf Schützenplatz, so. Fahrerplatz. So. Und weiter geht. So, jetzt muss ich den nächsten suchen. Ah, hier muss ich wieder zu Fuß hingehen, genau. So. Da ist was gerade links runter gesprungen, das habe ich doch gesehen. Ich hoffe, ich aggro die nicht. Wohl muss ich noch weiter rein. Nein, das ist von der Seite aus der Letzte gut. Schön weit außen herum hier laufen, weil die komischen Mops zu killen, in Anführungszeichen, also die Banditen zu killen, gibt fast keinen Erfahrungspunkt. Da lohnt es sich echt nicht, sozusagen zu farmen, indem man ganze Zeit mal ab und zu kommt. So, vielleicht diese besondere Waffen, ja, klar, aber, pfff. Ich denke, mit meinem Waffenarrangement, was ich habe, bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden. So, da oben bei der Oma sind halt noch welche. Also, wo wir die Oma eigentlich gesehen haben. So. Okay, zweimal. Einmal auf dem halben Weg, damit komme ich hier noch hin, genau. Und hier in diesem kleinen Camp ist hier noch was. Okay. Hier oben drauf sind die also. Wow. Genau. Wir waren jetzt so beschäftigt mit meiner, mit meinen Dingern, dass ich einfach so mal so vorbeigehen konnte. So, genau. Hier geht es weiter. Aber, ich habe den großen Vorteil, hier komme ich mit meinem Autochin hin. Kann ich nämlich ganz einfach so was machen. Hier in der Ecke ist wohl bestimmt was, ja. Gut. So. Dann haben wir hier die Gliedmaßen. Und jetzt hier oben. Gut. Da müssen wir ja zu Fuß hin. Ist ja aber nicht schlimm. Genau. So. Zwei Goal jetzt. Fight. Wenn das nur hole ich mir die Mark. Okay. Wow. So. 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 es ist mal kein geschützt gut da ging ich muss ich dir so machen will ich gehen wer hat entschieden haben gegen morgen schon so entschieden hat man nicht erfolgreich hallo